Herzlich willkommen liebe UniBaskets-Fans zum ersten Spiel in diesem Jahr. Unsere Jungs spielen heute gegen Bochum und wie ihr wisst, die letzten Spiele verliefen super. Unsere Jungs, ihr seht ja alles laut, unsere Jungs spielen gerade. Es steht 26 zu 26. Bleibt gerade, es ist ein spannendes Spiel. Bis dann! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Vielen Dank. So, liebe Fans, das Spiel verlief leider nicht so, wie wir uns es erhofft haben. Unsere Jungs haben 88 zu 93 gegen Bochum verloren. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir hoffen einfach mal, dass die das nächste Spiel gewinnen und drücken den ganz festen Daumen. Bis zum nächsten Spiel. Tschüss!